Ja, Mann! Stufe 4! Yeeha! Und wir haben den Wehrwolf getötet. Und einen Schlüssel haben wir jetzt auch. Dann können wir jetzt da oben die Truhe öffnen. Nice! Eine richtig geile Quest war das, Mann, mit dem Wehrwolf. Das war ja cool. Aber meine Vermutung war richtig. Die Schwester hat die andere, hat Hannah umgebracht. Wow, eine Jagdhose. Yeah, nice! Und ein neues Schema für eine neue Rüstung, die ich bauen kann. Da sollte ich mich auch mal irgendwann mal jetzt dran machen und mal so eine Rüstung bauen. Okay, die Quest haben wir gemacht. Jetzt können wir auch noch mal ein paar Punkte verteilen. Wie viele haben wir denn? Zwei. Auch nicht schlecht. Wir können erstmal unseren Schaden vergrößern. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Und dann können wir hier ein weiteres Teil reinmachen. Und ich bin dafür, dass wir Gwen... Explodierendes Schild. Der Gwen stößt den Gegner zurück, wenn er zerbricht. Das ist ja geil! Boah, das kaufe ich. Und mache ich dann auch gleich rein. Und was ist das? Eins? Oh! Greifmutter gehen. Mehr Vitalität! Ah, nice! Richtig geil! Und dann würde ich halt jetzt hier wieder auf den Schaden gehen. Kostet zwei Punkte, oder was? Ne, kostet nur einen Punkt. Das kann ich ja leider nicht reinmachen. Aber egal. So haben wir jetzt ein bisschen mehr Schaden gemacht. Mehr Energie. Ja? Und ja. Super. Cool. Ja, dann meditieren wir noch eine Stunde, würde ich sagen. Damit wir uns wieder heilen. So, dann sind wir wieder fit. Und ja. Dann wollte ich hier ja jetzt noch die neuen Sachen anziehen. Ja, das ist ein Relikt, diese Hose. Ja, genau! Die ist ja richtig geil. Die sieht ja richtig nice aus. Und jetzt kann ich die andere Rüstung anziehen. Und andere Handschuhe. Die ist auch richtig cool. Ja, mit der Rüstung. Die ist aber auch wieder blau. Ja gut, die ist nicht so hässlich blau wie die andere. Welche Schuhe sind besser? Ja, natürlich die Schuhe. Wow. Jetzt ist aber natürlich mein Igni-Zeichen. Die Glyphe muss ich noch rausbauen. Das darf ich nicht vergessen. Darf nicht verkaufen, bevor ich nicht die Glyphe rausgebaut habe. Und ja, dann, dann, ja. Vollständig neu gekleidet. Der gute Geralt. Gut. Nachher haben wir ja noch zwei Glyphe eigentlich. Eigentlich brauchen wir die ja gar nicht rausbauen. Dann kann ich die Glyphe vielleicht auch in ein Schwert reinsetzen. Leider nicht. Leider nur. Oder? Nö. Brauche ich was? Brauche ich eine passende Fassung und das habe ich nicht. Warum finde ich eigentlich keine Glyphe für Waffen? Wäre eigentlich auch nicht schlecht. Vielleicht kann ich eine Glyphe bauen? Wer weiß. Gehen wir mal auf Handwerk. Chemische Substanzen. Alkohol. Bomben. Hm. Schellkraut. Ne. Katze könnte ich sogar auch bauen, wenn es so dunkel ist. Und verfluchtes Öl. Hm. Ne, leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Schade. Schade, 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 schade. Gut. Neue Klamotten. Dann geht's jetzt weiter. Sieht sogar besser aus, finde ich. So. Die Quest haben wir gelöst. Ähm. Dann wollen wir mal gucken. Was gibt's denn noch zu tun? Stufe 5 wäre dann die Hauptmission. Nebenquests mäßig haben wir nichts mehr. Äh. Ist irgendwas in der Nähe hier? Wo wir vielleicht angucken können. Also das hier natürlich. Alchemie-Zutaten. Naja, tatsächlich. Hier gibt's ein paar Sachen. Zwei Orte. Könnten wir jetzt kurz die zwei Dinger hier abklappern, wenn ich schon hier bin. Okay. Machen wir das mal. Es ist auch gerade dunkel. Auf dem Weg könnte ich auch wieder hier ein paar Kräuter sammeln. Oh ja. Okay. Eine Pirouette gemacht. Schallkraut. Das freut mich aber. Und hier haben wir auch noch. Keine Ahnung. Irgendwas. Was ist das? Hunder. Hunde. Hund Petersilie. Oder Hundspetersilie. Schallkraut. Hier ist auch noch was. Hier sind überall Kräuter. Ich könnte hier tagelang Kräuter sammeln. Da oben orte ich schon wieder Herzschläge. Und nicht gerade wenige. Könnten wir uns ja mal angucken, was da ist. Wölfe. Ein Monster-Ugel. Mit denen sollte ich mich nicht anlegen. Keine Chance. Eine tote Bauersfrau. Sie hatte einen Florin dabei. Den braucht sie ganz sicher nicht mehr. Das ist das Schweben der Säcke. Auch nicht schlecht. Okay, jetzt sind sie runtergefallen. Es ist Vollmond. Was ist das? Da oben scheint irgendwas zu sein. Mit der Armbrust könnte ich es runterholen. Harpien. Kann das sein? Sind das wirklich Harpien? Kann ich mir irgendeinen hier holen? So lange sie da oben rumschweben, lassen sie mich in Ruhe. Treffen kann ich sie sowieso nicht. Also gut. Folge ich dem Weg weiter. Oh oh. Eine Harpier will's wissen. Kommt runter. Ja, genau. Bleib fliegen. Drecks, Harpier. Dich rüpfel. Ja. Au. Verdammte Mistviecher. Au. Äh. Äh. Pirouette. Und jetzt schöne Beinarbeit hier. Zack. Wie deine Harpier weniger. Komm her. Hau nicht ab. Ich brauch Gwen. Exist. Komm runter. Und stirb. Vielleicht brauche ich auch etwas anderes bei dem Viech. Igni. Das versenkt ja die Flügel. Und jetzt stirb. Mistviecher. Noch mehr von denen? Kein Problem. Ich erledige euch alle. Was hast du dabei? Gib mir, was du hast. Sollte die Harpieren looten, bevor noch mehr kommen. Und was essen. Um wieder zu Kräften zu kommen. Gut, sie sind gelootet. Verschwinden wir von hier. Ja, sogar eine Schnellreise. Cool. Und eine Kiste. Ein Manuskript für Bestienöl. Sehr nice. Okay, nee. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte jetzt einfach... Ich wollte gucken, was hier für ein Kraut ist. Ah. Da ist es. Nein, das ist eine Schnellreise. Aber ich wollte hier über die Berge. Aber so wie es aussieht... Müsste ich hier runter. Ins Tal. Ich muss aufpassen. Was? Ein Greif. Ein weiterer Greif, besser gesagt. Und er scheint verdammt mächtig zu sein. Wir haben in Weißgarden erst einen Weiß... Eingreif erledigt. War nicht sehr einfach. Das Hühnerbein. Und eine Harpie. Das ist also der versteckte Ort. Sollte ich mich mit diesem Greif anlegen? Bewachter Schatz. Von diesem riesigen Greif. Schwer bewacht. Dass man nicht orten kann, welches Level die haben, finde ich ein bisschen blöd. Nachher hat er Level 30 oder so und ich bin gleich tot. Level 14. Weg hier. Das hat keinen Sinn, gegen den zu kämpfen. Okay. Ziemlich schade. Aber ich könnte ja noch hier hin. Aber da müsste ich auch wieder über die Berge. Futterplatz der Harpien bin ich jetzt. Jetzt verstehe ich. Okay. Aber vielleicht kann ich auch das Viech umgehen. Und einfach versuchen, es zu looten. Wenn es gerade nicht hinguckt. So, wie es aussieht, ist das... Da fliegt er. Oh, Schulkau. Aufpassen. Komm runter. Hallo. Feuer, mein Freund. Vielleicht kriege ich ja nichts noch hin. Au. Verdammt. Komm, runter. Verdammt noch mal. Komm. Noch ein Pfeil gebraucht. Ja, kriegst noch einen. Aua. Das hat keinen Wert. Das Viech vergiftet mich. Das ist ein Giftgreif. Vergiss es. Ich muss hier weg. So schnell wie möglich. Er ist zu stark. Ich muss mir Tränke mixen für ihn. Oh nein, wilde Hunde. Verschwinde. Drecksköter. Oh oh, hier kommen noch mehr. Na, komm schon. Feuer. Drecksköter, weg mit euch. Ah. Mit euch werde ich noch fertig. So, das war's. Das ist zwar Fleisch, aber... Ja, egal. Vielleicht kann ich das braten. Ich weiß noch immer nicht, wie man Fleisch brät. Ob das überhaupt geht. Eigentlich müsste es ja gehen. Was haben wir denn da? Es sind überall Monster. Überall diese Hunde. Die Herzschläge sind nicht zu überhören. Ich sollte Ihnen aus dem Weg gehen. Das ist keine gute Idee. Ich muss mir einen sicheren Platz suchen zum Meditieren. Auf jeden Fall habe ich den Weg wieder gefunden. Den Weg wieder zurück ins Dorf. Okay. Dann nehmen wir diesen Weg. Es ist spät. Hier oben auf dieser Anhöhe werde ich einen Rast machen und ein paar Stunden schlafen. Bis elf Uhr? Nein, bis zwölf Uhr. So. Der Morgen. Und ein weiteres zerstörtes Dorf. Weitere Herzschläge. Das sind Banditen. Und sie wollen es wissen. Gwen. Tötet, wenn ihr dich besser liebt. Komm her. Zieh dir mal lieber was an. Was rennt ihr denn hier so halbnackt rum? Ja. Guter Versuch. Gwen ist stärker geworden. Verfickte Scheiße. Ja, genau. Verfickte Scheiße. Ah, verdammt. Ich habe mich gerade erholt und jetzt kommt ihr wieder. Ah. Und schon liegt einer zu Boden. Ah. Ihr habt ja wenigstens was an. Das lobe ich mir ja. An die Arbeit. Keine Angst. Da kommt Banditen. Zeigt, was ihr drauf habt. Wieder daneben. Pirouette. Komm, schlag zu. Wieder daneben. So. Und tschüss. Eine schöne Drehung. Am frühen Morgen Blut. Das gefällt mir. Darauf erst mal ein gegrülltes Hühnchen. Ein Schluck Wasser. Und gebratenes Fleisch. Okay. Die Leichen lupen. Jetzt haben diese Banditen dabei gehabt. Der eine hat ja nicht mal kaum was angehabt. Eigentlich sehr schade. Aber sie wollten mich angreifen. Selber schuld. So. Schauen wir uns mal dieses Dorf hier an. Komische Luft. Als ginge man an einem heißen Tag in einen tiefen Keller. Und der Nebel. Ah. Irgendwas böses haust hier. Dieses Dorf ist verlassen. Hier werde ich keine Menschenseele anfinden. Ich sollte es umgehen. Zu der einsamen Hütte zurück. weg. Ist besser als sonst irgendwas. Ich komme später mal wieder vorbei. Jetzt muss ich weg hier. Eine Burg. Oder ein Turm. Besser gesagt. Vielleicht schaue ich den mir auch mal an. Dieses Schneedorf oder dieses Eisdorf sollte ich später unter die Lupe nehmen. In diesem Turm benutzt es von Fledermäusen. Hat hier vielleicht ein Vampir eine Behrausung gefunden? Hm. Dunkel. Das wäre ein guter Schlafplatz für einen Vampir. schon wieder. Wolf oder Hund. Eins von beiden. Ist egal. Schlage ich trotzdem den Schädel ab. Der verlassene Turm. Ah. Eine Schnellreise. Perfekt. Okay. Wir sind jetzt schon um einiges hier rumgekommen. Aber wir haben ja jetzt noch eine Schnellreise gefunden. Und wir gehen zurück zur Taverne. Weil dort ist die Hauptmission. Die wir natürlich machen. Und hier ist auch noch eine Quest. Cool. Es gibt ordentlich zu tun. Aber als erstes würde ich zu der Taverne gehen. und dann würde ich auch noch diese zwei Fragezeichen abklappern. Auf geht's zur Taverne am Scheideweg. Okay. Wo ist jetzt Hendrik? Hm. Ausschau halten. Ausschau an. Hier gibt es schon wieder Aufträge. Okay. Nehmen wir alles mit. Wer ist das denn? Ach, das ist noch noch mal die Tochter des Barons. Nur ein anderes Bild diesmal. Ich sollte das Schwert wegstecken. Die Leute könnten das missverstehen. Hm. Wo steckt mein Kontakt, Mann? Ihn hier habe ich schon befragt. Vielleicht weiß der Wirt etwas. Hey. Ich suche einen Mann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken. was ist jetzt los? Muss verschwinden. zu Hintertür raus. Bin ich noch nicht mit meinem Getränk fertig? Erwartest du Besuch? Wir kriegen Gesellschaft? Wer ist das? Wirt! Wodka! Wer ist das? Sieht aus wie ein Tapper Krieger. Hat zwei Schwerter. Hey, Grauhaar! Warum hast du zwei Schwerter? Bestimmt hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuck endlich aus wer du bist oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Ich bin ein Hexer. Ich bin ein Hexer. Du wunderst dich über meine Schwerter, ja? Das eine ist für Monster, das andere für Menschen. Und ich habe nur einen Schwanz, klar? Rühr ihn nicht. Sieh ihn nicht mal an. Er ist schlimmer als ein Leprakranker. Sah mal einen in Aktion. Legt ein halbes Dutzend um. Überall war Blut. Der Mutant hat nicht mal geschwitzt. An ihm klebt der Gestank des Todes. Folge mir, wenn du rasten willst. Ich kann dir eine Bank anbieten. Gut. Ich komme schon Quart. Danke. Danke, dass du mit diesem Schwein keinen Streit angefangen hast. Ich stecke meine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer. Willst du über Nacht bleiben? Nein. Hm. Ich suche nach Hendrik. Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Hm. Okay. Was weißt du über Hendrik? Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Leidenschaft. bei Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja. Und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke, Birch. Okay, wir wissen jetzt, wo Hendrik sich aufhält. Im Heidefelde. Sollte ich wirklich den Ausgang benutzen? Ich benutze den Hinterausgang. Um nicht vielleicht doch in Streit verwickelt zu werden. Die Pferde. Hm. Okay. Wo ist denn unsere Plötze? Plötze! Ach, da bist du ja. Oh Mann. Okay. Scheint eine nette Wache zu sein. Hat ihm was zu essen gegeben. Aber was machen die plötzlich hier? Das ist schon komisch. Egal. Wir suchen Hendrik. Ähm. Wo ist denn Hendrik? Ganz genau. Der scheint... Da drüben zu sein. Aber ich würde als erstes das hier und das hier noch schnell abklappern, um zu gucken, was da ist. Und dann machen wir uns auf den Weg, Hendrik zu suchen. Geht's da quer durch den Wald, oder wie? Ja, da muss ich wohl quer durch den Wald. Oh, oh. Hunde wieder. Schneller, schneller, schneller. Komm schon. Krieg keine Panik. Plötze, keine Panik. Herzschläge. Schau an. Schon wieder Banditen. Hm. Falsches Schwert. Man kann sich ja mal vergreifen. Zeit für Gwen. Und ein paar Köpfe rollen zu lassen. Los, meine Lieben. An die auf. Wow. Alle zusammen, Leute. Alle zusammen, ja. Versucht es. Der zaubert. Der Buster zaubert. Gut erkannt, mein Freund. Wir haben das noch leid. Pirouette. Hup. Ausgewinchen. Ah, verdammt. Verdammt. Du erschreckst mein Pferd, du Bastard. Zeit, deinen Kopf rollen zu lassen. Stirb. Da. Das gefällt mir. Au. Okay. Das war das Falsche. Ich wollte eigentlich Igni. Dieser Bannkreis hält dich nicht auf. Ich weiß. Ja, da. Jeder daneben. Meine Rüstung ist kaputt. Drecksack, das wirst du mir büßen. Hier ist noch einer. Brenn, mein Freund. Brenn. Das macht dir wohl nichts aus, ja? Komm schon. Au. Hä? Vielleicht da lang? Du wirst es nie lernen. Genau. Ich werde das nie lernen. Sich mit einem Hexer anzulegen, ist der Tod. Das nehme ich mal mit. Dann gleich mal was essen und was trinken. Das auch alles mitnehmen. Ich muss so schnell wie möglich. Endlich. Oh. Perfekt. Ja. Genau. Alles reparieren. Alles reparieren. Aber nicht nur Rüstung, sondern auch Waffe. Das brauche ich. Oh nein. Meine Waffe ist schon fast im Arsch. Verdammt. Egal. Dann gucken wir jetzt, was ist das hier? Kein Herzschlag mehr. Und ein neues Schwert. Wow. Geil. Was ist das für ein neues Schwert? Ist aber lange nicht so gut wie meins, oder? 36,44. Doch. Um einiges sogar. Chance auf Bluten. Das ist doch gar nicht mal so schlecht, ne? Na, dann machen wir das Schwert mal rein. Das ist wenigstens nicht kaputt. Obwohl das Schwert hier, äh, ja, sozusagen, einen Sockelplatz hat. Aber egal. Ich muss unbedingt einen Händler finden. Der wird sich hier ab. Dumm und dämlich an mir verdienen. So, das erste hätten wir abgeklappert und das zweite ist hier oben. Schwingen wir uns auf Plötze und gehen noch hier hoch. Und dann... ...reiten wir nach Heidefelde. Schneller! Da unten, ertrunken. Was haben wir denn hier? Langsamer. Oh, oh. Da ist so eine blöde... ...Tuss. Aber wenn ich da hin will... Ein bewachter Schatz. Ein bewachter Schatz, ja. Okay. Was ist das? Ja, es ist so ein Miststück. Okay. Gwen sollte mich vor dem Gift schützen. Na, dann los. Komm. Zeit zu sterben. Oh, oh. Oh, oh. Die ist ja richtig übel. Ernehm. Wow. Oh. Zwei Schläge tot. Ciao.